Was passiert in dieser Folge? Okay, ich darf die Kisten nicht nehmen, du darfst den Loot nicht nehmen. Du darfst die Loots nicht nehmen. Oh, let's go, Goldene Skye. Nein, ich hatte noch nie einen Dreier. Hattest du schon mal einen Dreier? Was passiert mit meinem Kopf, Mann? Was ist hier los, Alter? Okay, was geht ab, Freunde? Heute werden wir was richtig Geiles machen, und zwar, ich werde mit der lieben Walli... Was werden wir machen? Ähm, eine Challenge, hast du gesagt? Ja, wir machen eine Nur-Ja-Sagen-Challenge, das heißt, der Gewinner bekommt 1.000 Euro. Also, sie gibt mir 1.000 Euro, wenn sie verliert, und wenn ich verliere, gebe ich ihr 1.000 Euro. Egal, was ich ihr befehle, sie muss einfach Ja sagen. Wenn ich sage, zum Beispiel, gib mir deine Ska, dann muss sie mir diese Ska geben. Und wenn sie sagt Nein, dann hat sie verloren. Und wenn sie stirbt, dann hat sie auch verloren. Also, du musst überleben und die ganze Zeit Ja sagen. Also, du musst sozusagen die letzte Überlebende von uns beiden sein, aber du musst auch gleichzeitig versuchen, die Challenge zu erfüllen. Weißt du? Eher? Ja, normal. Sorry. Denkst du, du gewinnst, oder? Ja, natürlich, ich mache jetzt einen richtigen Chan-Move. Kannst du schon bei mir geben, das Geld, ne? Ja, 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 immer diese Menschen, die am Anfang sagen, die gewinnen, und das ist nicht so schlecht. Wenn wir auf dieses Video 10.000 Likes schaffen, dann mache ich das Gleiche. Nochmal mit C-Max, und zwar, nur Nein-Sagen-Challenge, oder nur Ja-Sagen-Challenge, oder was auch immer für eine Challenge. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch euren Epic Games-Namen reinschreiben. Ich habe noch einen PSN-Code für 1.000 V-Bucks, also einmal Battle Pass. Wer auf Playstation spielt, soll einfach Epic Games-Namen reinschreiben. Oder am besten einen Instagram-Namen, dann kann ich ihm das sofort anschicken, und das wäre es dann eigentlich. So, was geht ab? Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Schau mal, an deiner Stelle würde ich auf jeden Fall bei Craigie Cliffs landen. Ja, okay. Ja, du landest einfach mit. Okay, mache ich. Easy. Das ist kein Stress für mich. Das ist ganz einfach, Mann. Schau mal, ich habe eine Frage, ne? Wenn du jetzt die 1.000 Euro hast, was würdest du die, was würdest du denn gerne damit machen? Ich kaufe mir einen neuen PC, easy. Ah, einen neuen PC für 1.000 Euro, okay. Ja, das geht eigentlich klar. Ja, und noch ein bisschen was. Ja, gut, mein PC kostet auch 1.000 Euro, das ist jetzt halt, also ich meine, die meisten YouTuber haben so einen PC für 10.000 Euro, aber ich meine, ich komme damit sehr gut klar, und die Grafik ist Job gesehen. Und was ich damit machen würde, keine Ahnung, 1.000 Euro würde ich mir, glaube ich, so eine kleine Urlaubsreise gönnen. So, einfach mal spontan, irgendwo hin, vielleicht 3, 4 Tage, weißt du? Ja. Ich bin wieder dran. Wenn ich du wär... Was du, wenn ich du wäre? Wie funktioniert dieses Neujahrsagen-Challenge? Ich muss jetzt ein Befehl sagen, und du musst ja sagen. Okay, dann darfst du kein Holz sammeln. Und schau mal, ich sag das jetzt schon mal, ne, du darfst nicht etwas sagen, was ich dir schon gesagt habe. Also, wenn ich dir sage, du darfst kein Holz sammeln, dann kannst du nicht auf einmal so kommen, ja, du darfst auch kein Holz sammeln, weißt du? Ja, aber wenn ich Kisten öffne, krieg ich Holz raus. Die nimmst du dann einfach und benutzt es nicht. Ja, okay. Wirst du nur noch mit Metall bauen? Ich darf nur mit Metall bauen. Ah, Digga, das ist, hey, das ist crazy, Mann. Das ist echt crazy. Okay, wenn ich ehrlich bin, habe ich echt damit nicht so ein großes Problem, weil, ich meine, Metall ist halt die stärkste, Dings, äh, äh, bauen zum Bauen, ne? Ja, aber kriegst du nicht so. Bauen zum Bauen, ne? Ja, ich weiß trotzdem, wenn ich tausend davon habe, dann können die Gegner zwei Stunden auf mein Metall schießen, bis sie das kaputt machen, weißt du? Das ist richtig schlau sogar. Dankeschön, sie hat mir gerade geholfen. Und ich sag dir, du darfst, ähm, nicht mit der Tag spielen, du musst diese andere Shotgun nehmen, falls du eine Shotgun benutzt. Ja, okay, ich habe eh noch keine, also daher. Okay, sehr schön. Aber danke, ich spiele eh nur mit der Tag, Dankeschön. Okay, also meine Taktik ist halt, ähm, dass ich jetzt so viel Metall sammle, wie es nur geht und dann einfach versuche, lang zu überleben und mich dann halt die ganze Zeit mit gutem Zeug halt heile und so. Weil ich möchte halt eigentlich schon die tausend Euro gewinnen. Weil so eine kleine Urlaubsreise habe ich mir schon echt verdient. Ich mache jetzt schon seit fünf Monaten YouTube, guck mal. Und ich habe nicht einmal irgendwo Urlaub gemacht. Du bist ja so ein armer, armer Junge. Halt die Fresse. Du weißt es doch gar nicht ernst. Gerade hier. Ja, du darfst voll wieder, ne? Ja, mir fällt noch nichts ein. Äh, du wirst dich nur noch mit, äh, Ding heilen. Nur noch mit. Ey, nein, übertreib doch mal nicht. Du übertreibst doch immer so krass. Nein, nur mit Vandagen, nur mit Vandagen. Nein, Alter, nein. Nein, du übertreibst doch immer krass. Schau mal, schau mal. Du übertreibst immer. Sag doch mal irgendwie. Ja, du darfst zum Beispiel, ähm, du, du, ähm, du darfst keine Bandagen mehr nehmen. Dann sage ich ja. Aber du übertreibst doch nur mit Bandagen heilen. Ah, du verweckst. Hallo? Ne, das ist ein bisschen zu übertreiben. Ja, hallo, hallo. Ja, komm. Ja, dann darfst du, okay. Okay, warte, dann darfst du gar keine Mad Kids mehr nehmen. Okay. Ja, das, da, ja, da sage ich ja. Ist okay. Okay. Ähm, du darfst dein Blue Life nur bis 50% machen. Und da ich das zu dir jetzt gesagt habe, darfst du das zu mir nicht sagen. Weiß. Okay, gut, dass du Bescheid weißt. Weil sonst schummelst du wieder. Ja, aber du, ja, okay, 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 chill, chill. Sie isst uns gleich auf, Mann. Ja? Schreibt mal jetzt in die Kommentare rein. Was würdet ihr mit 1000 Euro machen, wenn ihr jetzt so 1000 Euro bei einer Challenge gewinnt? Was würdet ihr damit machen? Seid einfach wirklich ehrlich. Was würdet ihr damit machen? Würdet ihr vielleicht, ähm, eurer Mutter ein Geschenk machen? Oder würdet ihr Fortnite V-Bucks kaufen, so, äh, auf Ehre, so 130.000 V-Bucks? Ja, ich kann mir voll vorstellen, dass es, dass es hobbylose Kinder gibt, die sich einfach für 130, äh, für 1000 Euro V-Bucks kaufen. Würde ich aber, glaube ich, auch machen. Oha, für 1000 Euro V-Bucks. Aber, ey, man kann es halt richtig sinnvoll nutzen, aber dann auch wiederum so. Wollen wir das nochmal auch mit Fragen, weil die ganze Zeit nur Fortnite umgeht. Du meinst jetzt zum Beispiel jetzt Privatsfragen, so, die ich eigentlich nicht sagen würde, oder, oder einfach normale Fragen. Allgemein. Ja, okay. Okay, aber allgemeine Fragen sind ein bisschen komisch, finde ich, so. Frag lieber irgendwas, so, was auch die Leute so da draußen interessiert, weißt du? Ja, hast du schon mal zwei Hachis auf einmal gekriegt? Nein, ich hatte noch nie einen Dreier. Hattest du schon mal einen Dreier? Ja, aber du musstest Ja sagen. Ja, wie soll ich Ja sagen, wenn ich es nicht hatte? Oh mein Gott. Ich bin schon los. Ich schwör's dir. Äh, nein, nein, nein. Äh, du musst mir helfen, du musst mir helfen, du musst mir helfen, du musst mir helfen, oh mein Gott. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Hallo, du hast einen Renegade Raider, hallo. Ich hab ihn, oh mein Gott. Let's go, Alter. Ähm, du darfst deinen Loot nicht nehmen. Hey, hey, hey. D-H, let me flow, lalala. Warte, Medikids darf ich auch nicht mehr nehmen, hast du gesagt, oder? Dann darfst du nicht. Okay, gut, dann haben wir das jetzt schon mal geklärt. Ähm, du musst Ja sagen, ne? Weil ich hab dir gesagt, du darfst deinen Loot nicht nehmen. Ja, ich hab's auch nicht genommen. Ja, okay, gut. Ähm, dann bist du wieder dran. Ja, sagen kann, ich hab dich voll dumm. Äh, ja, warte. Mir fällt nix ein. Hä, bist du blöd? Schau einfach mal auf dein Spiel und sag zum Beispiel, ja, gib mir deinen ganzen Holz oder so. Ja, okay, dann gib mir deinen ganzen Stein. Komm hier, ja, ich geb dir meinen ganzen Stein. Let's go. Gib mir bitte deinen ganzen Metall. Metall ist was anderes, Metall ist was anderes. Das darf ich. Ey, 207, let's go. Oh mein Gott, sie darf sich jetzt nicht mehr bis 200 heilen, wenn sie jetzt vielleicht sterben sollte oder so. Guck mal, da ist ein Jump-Head und du darfst dieses Jump-Head nicht benutzen, da vorne. Dann darfst du damit nicht in die Zone fliegen. Aber was laberst du? Oha, dann, okay, okay, dann fliege ich halt, ne, irgendwo, oh mein Gott. Ja, okay, dann fliege. Perfekt, ich fliege dann irgendwo dahin, nicht in die Zone. So, irgendwo hierhin. So. Wir fliegen und behelfen. Aber wir sind Gegner, wie soll ich denn dir helfen? Digga, let's go. Oh ja, ich hab mir nur noch... Und wie läuftst du bei dir bis jetzt? Fast schon ganz kurz. Very nice. Guck mal, was ich dich fragen wollte, darf ich jetzt Dings benutzen, was ich hier hab? Wie heißt das, wie heißt das, Mann? Ach, Mann. Verband, darf ich Verband benutzen? Ja. Ich darf auch kein Holz benutzen, oder? Weil du mir schon, weil du mir nachmachen musstest mit dir, nimm nur Metall. Aber okay. Und nicht nur mit Stein, ne? Ja, warte, bist du jetzt wieder dran oder ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Nee, ich glaub, du bist dran. Du bist dran, du bist dran, weil ich war... Warte, nein, nein, ich hab dir gesagt, nein, ich hab gesagt, du darfst mit dem Jump-Head nicht zu, in die Zone fliegen. Ach so, ja, okay, okay. Dann sag ich dir jetzt, ähm, du darfst die Fische nicht vor mir nehmen, okay? Die gehören mir. Ach so, Mann, Digga, was passiert mit Challenge? Du wirst auseinandergenommen, du wirst auseinandergenommen, weißt du das? Du bist schlecht. Du darfst die Kisten nicht nehmen. Ich bin dran, ich bin dran, nicht du. Ja, Pech gehabt, bruh. Nein, hallo. Okay, ich darf die Kisten nicht nehmen, du darfst den Loot nicht nehmen. Was passiert mit meinem Kopf? Oh Gott, du bist... Was willst du von mir, haha? Weißt du, weißt du, was ich sage? Was passiert mit meinem Kopf? Das war gerade ehrlich, Baba Move von mir. Jetzt, du bist voll wieder dran. Ähm, du darfst dich nicht heilen, wenn du Damage kriegst. Ja, okay, wenn ich Damage bekomme, darf ich mich nicht heilen. Danach darf ich mich wieder heilen. Du musst jetzt 10 Sekunden in der Zone bleiben. Ja, okay. Mach ich aber, wenn die schon Degen angekommen sind, wenn ich in die Zone reine. Nein, du musst jetzt, habe ich gesagt. Okay, nein. Ich bin sogar schon 20 Sekunden in der Zone bleiben. Oh mein Gott, Gegner, Gegner, Gegner. Soll ich ihnen helfen? Nein. Ja, bitte. Komm. Ey, wenn du jetzt stirbst, dann habe ich gewonnen. Hä, Junge. Als ob du mir den Kill geklaut hast. Oh, ich dachte schon. Nein. Let's go, Alter. Du darfst die Loots nicht nehmen. Oh, let's go, goldene Ska. Ich darf jetzt einfach nicht diese andere Ska hier nehmen. Hast du mich verarscht? Darfst du nicht, darfst du nicht. Danke, dass du mit einer Waffe spielst, mit der ich nicht spielen kann. Danke. Pech. Was passiert mit Pech? Okay. Okay, wenn ich du wäre, würde ich die goldene Ska liegen lassen. Also was heißt, wenn ich du wäre, du musst sie liegen lassen. Fertig. Okay, dann lasse ich die goldene Ska liegen und meine Liederne wieder. Nein, auch nicht. Nein, nein. Ey, das musst du schon vorher sagen, ne? Du machst alles durcheinander. Mir egal. Gerarda, hier. Du darfst nur noch mit 30 Munition spielen. Also wenn deine Armonie leer ist, dann, dann, du darfst nicht einmal nachladen. Weißt du, was ich meine? Weg von mir. Okay, ich gehe weg von dir. Kein Problem. Ist okay. Es ist jetzt gerade so, wir haben uns gerade getrennt. Ähm, wenn unsere Wege uns, äh, sich kreuzen, dann kann ich nichts dafür. Okay. Sie weiß einfach, dass ich gewinnen werde. Das ist ihr Problem. Sie weiß, dass ich gewinnen werde. Warum, warum so ruhig? Hast du Angst? Sie hat Angst. Okay, verstehe ich. Alles gut, verstehe ich, man. Mein Gott. Bruder, komm mal leer, komm mal leer. Ich mache gerade Challenge gegen Wallin, ne? Und sie denkt, sie ist krass. Und ich gewinne gerade. Äh, sie ist tot! Ey. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 1000 Euro. Kuss geht raus. Was passiert? Komm, 1000 Euro gewonnen, Bruder. 1000 Euro, Bruder! Wieder über 2. Küsst du, Mann. Was sagen Sie dazu, Frau Mr. Verloren? Hallo? Frau Verloren. Bitte, Mann. Du hast gerade verloren. 1000 Euro. Was sagst du dazu? Ja, er musste die ganze Zeit mit Scheiß-Wafeln spielen. Wer nimmt sich die Nilska? Ja, was passiert mit deinem Kopf? Ich kann hier nichts dafür. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ich sterbe. Oh mein Gott, Alter. Überall. From everywhere. Ey, ich muss den epischen Mund holen. Das wäre viel zu krass. Wie er darauf geiert, dass ich mich zeige. Schau den mal an. Ja, ich habe schon gesehen. Er weiß nicht, dass ich One-Shot bin, Digga. Sonst würde er echt sprayen. Er würde... Oh mein Gott. From everywhere. Du hast so geile Pick-Achsen. Und dann spielst du die. Nein. Ja, nein. 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 Nein, nein, nein. Nein, meine Gülle. Ja. Mann. Gegenteil. Sag, du hast verloren. Sie sage nicht verloren. Aber du Lugen. Okay, ja. Das war es mit dem Videocomitee. Kuss, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Schreibt jetzt unbedingt rein, was für eine Challenge ich machen soll. Und bei 10.000 Likes mache ich dann mit C-Max so eine Challenge. Und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil sie ist jetzt nicht so gut. Lug in C-K. Was? Was? Wir sind gleich wohl. Komm in. Du. Okay, okay. Es reicht. Chill. Man hört dich nicht, weil sie dein Headset die Versteuer ist. Alle de-abonnieren den. Alle Nates de-abonnieren. Ich werde auf jeden Fall rauskarten. Und während sie sagt Nates de-abonnieren, einfach ihren Namen reinpacken. Einfach so. Einfach so. Schaut bei ihr vorbei. Abonniert sie, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Beste Community. Haut rein. Ich, äh, ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen, dass ich einem Nates jeden Tag setze. Und aus dem Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua-Mua. Bis zum nächsten Mal.